Dass mein Mann Peter Flacke heißt, habe ich erst durch Polizei erfahren. Deshalb werde ich es auf seine Grabschein schreiben lassen, so wie ich ihn kannte. José Fernández. Haben Sie niemals Leute aus seinem vorherigen Leben kennengelernt? Nicht wirklich. José hat gesagt, das sind nicht die richtigen Leute für das, was er will mit mir. Ein Familien und Kinder haben. Entschuldigen Sie, Frau Fernández. Ihr Mann liegt aufgebahrt. Wir sind soweit. Bitte. Herr Faller Schwarz, bitte. Bitte kommen Sie mit mir. Bitte. Das geht. Haben Sie meinen Mann eigentlich gekannt? Nein, leider nicht. Er war ein großartiger Mann. Ich habe ihn sehr geliebt. Das geht. Ich war's 하 Vielen Dank.